Bei meinem Hang hier ist noch jede Menge an Tannen aufzubohren und von daher dann los. Soll es noch jede Menge an Tannen aufzubauen. 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 Ein bisschen Gebüsch und Tannenwürfe da ruhig noch hin. Zum Glück habe ich auch noch ein kleines Vorrat. Um genau zu. 2,3,5,4,5,2,0,4,5,1, es schon weiter. Ich habe noch ein kleines Vorrat. Das war schon ganz gut. Ich habe noch ein kleines Vorrat. Von der Vier, auf dem Lern, der Ωst und der Öl. So, jetzt noch eine und dann muss es das gewesen sein. Und weiter geht es jetzt hier. Und da schütte ich mal... Mein Universal heilmittelt den schwarzen Sand auf. So, da kommt grünes Zeug drüber. So, da kommt grünes Zeug. Um all das vernünftig festzukriegen, brauche ich Leimwasser, das hole ich mir jetzt. So, da kommt grünes Zeug. 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 Leimwasser. Das muss natürlich auch eine Unterlage. Und dann brauche ich eine Anpulle. So, da kommt grünes Zeug. Und dann... So. So, da kommt grünes Zeug. 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 Und dann grünes Zeug. Und ich schätze mal, das reicht jetzt aus. Damit das aber nachher noch irgendetwas aussieht, muss ich nochmal ein bisschen nachstreuen. Ja, und weil ich bei dieser Aktion ziemlich viel von dem Leimwasser verbraucht habe, nehme ich mir jetzt diese alte Leimflasche hier. Ich lasse den Leim dann mal reinlaufen. So, für den Moment ist es das gewesen.